Nun ist es mir eine gewisse Freude, einen alten Kumpel hier auf der Bühne zu grüßen zu holen. Das Name ist Michael Rött. Normalerweise, in den letzten Galen war es ja so, wenn ich ihn auf die Bühne gekommen hatte, war es so, dass wir zusammen etwas vorführten. Diesmal wollte er mich nicht als Partner haben. In den letzten Galen waren es normalerweise, wenn ich ihn auf der Bühne gekommen bin, er war mit mir. Aber diese Zeit hat er nicht zufrieden und er hat einen anderen Mann. Der Mann, der immer immer glücklich war, wenn ich mit ihm spreche. Aber wenn er auf der Bühne kommt, er wird nicht zufrieden. Wenn er dann auf die Bühne kommt, dann macht er nicht mehr jetzt meinen Auswechselpartner hier. Dann mache ich, Michael Klötz. Er macht schon sehr, sehr lange Taichi Gangstil. Und er ist jetzt Schüler von Patrick Kelly. Und er möchte uns die Push-Hands-Folgen oder die Push-Hands-Muster-Pattern zeigen, die dort in diesem System sind. Und dafür braucht er natürlich einen Dummy. Michael Klötz ist um die Dummy. Michael Klötz ist um die Push-Hands-Pattern, die er hat von Patrick Kelly gelernt. Und ich möchte mich willkommen zum Dummy. Julian Wey. Michael Klötz. Michael Klötz. Michael Klötz. Michael möchte vielleicht einige Erklärungen geben oder auch nicht. Michael will maybe give some explanation for without the microphone. I'll see you soon. Vielen Dank. 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 Open and push. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.